Alphons IX. von Leon war König von Leon in der Zeit von 1188 bis 1230. Laut den Aufzeichnungen des IBN Kaltun trug er den Beinamen El Babo so, da er bei Wutanfällen Schaum vor dem Mund hatte. Abstammung Alphons war der einzige Sohn und Nachfolger von König Ferdinand II. von Leon und Uraka von Portugal. Er war Cousin von Alphons VIII. von Kastilien. Konflikt mit dem Papst Obwohl er den Teil der Arbeit der Reconquista übernahm, ist der König hauptsächlich bekannt durch seine Schwierigkeiten mit dem Papst aufgrund seiner aufeinanderfolgenden Eheschließungen. Seine erste Ehe war mit seiner Cousine Teresa von Portugal 1191 mit der er zwei Töchter hatte. Der einzige Sohn starb jung. Der Papst annullierte die Ehe, da ihr Alphons keine Aufmerksamkeit mehr schenkte und er seiner Frau überrüssig war. Ohne weitere Umstände verließ er Teresa und heiratete bald darauf im Jahr 1197 Berengla von Kastilien, die Tochter seines Cousins Alphons des Edlen und Eleonore von England. Für diesen Akt von Ungehorsam wurde dem Königamt und Königreich entzogen. Der Papst fürchtete, dass diejenigen Leute, die nicht die Segnungen der Religion erhielten, den Klerus nicht weiter unterstützen würden und die Heresi sich ausweiten könnte. Der König blieb jedoch weiterhin seines Amtes verlustig, was ihn aber nicht weiter kümmerte, da er die Unterstützung seines eigenen Klerus besaß. Berengla verließ ihn nach der Geburt von fünf Kindern und der König kehrte zu seiner ersten Frau Teresa zurück, an deren Töchter er das Königreich vermachte. Kinder von Teresa Die Kinder von Alphons und Teresa von Portugal waren Sanche, Deutsche bzw. auch Aldonza genannt, Ferdinand. Alphons älteste Tochter Sanche war verlobt mit ihrem Cousin Heinrich I. von Kastilien, aber Heinrich starb vor der Hochzeit im Jahr 1217. Da er seinen ältesten Sohn Ferdinand enterben wollte, lud König Alphons Johann von Brienne ein, seine Tochter Sanche zu heiraten und somit den leonesischen Thron zu beerben. Seine zweite Frau Königin Berengla überredete Johann von Brienne stattdessen eine ihrer Töchter zu heiraten. Obwohl Sanche in der Erbfolge nach dem Tod ihres Vaters an erster Stelle stand, war es für Berengla und Ferdinand einfach, sie außer Acht zu lassen. Sanche wurde Nonne in Cosolos, wo sie 1270 starb. Ihre Schwester Deutsche bzw. Aldonza lebte mit ihrer Mutter in Portugal. Kinder von Berengla Die Kinder von Alphons und Berengla von Kastilien waren Leonor, König Ferdinand II. von Kastilien III. von Spanien Berengla heiratete 1224 Johann von Brienne Alfons Herzog von Molina Lemniscate Teresa Gonzales de Lara 1246 Tochter von Gonzalo Núñez de Lara Constanza wurde Nonne in Las Högas Berengla Joachim